Hallo, einer der schrecklichsten Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich Software ist nach meiner Auffassung das Programm PowerPoint. Hier gibt es Täter und hier gibt es Opfer. Hier gibt es Täter, die ihre Opfer mit hintereinander geschalteten bunten Bildchen langweilen. Und hier gibt es Opfer, die das über sich ergehen lassen müssen. Und endlich, 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 endlich gibt es ein Buch, das Präsentationen mit PowerPoint elementar verbessern kann. Dieses Buch heißt Erzählen statt Aufzählen und ist endlich mal eine Anleitung, wie man in diese ganzen ermüdenden bunten Bildchen einen roten Faden bringt. Wie man das Ganze in einen Zusammenhang bringt. Erzählen, ja eine Geschichte erzählen statt aufzuzählen. Man kann auch grafisch eine Geschichte erzählen mit bestimmten visuellen Elementen, wie dieses Buch es zeigt und erklärt. Ich kann es dringend jedem empfehlen. PowerPoint ist ja mittlerweile absolut Standard geworden. Beamer Präsentationen mit PowerPoint finden in jedem Unternehmen statt und es ist sowas von energieraubend, sich das anzuschauen, wenn man nicht mal endlich daran geht und das Ganze mal ein bisschen spannend und packend aufzieht. Hier ist das Buch, das dabei wesentlich helfen kann. Ich bin so froh, dass es dieses Buch gibt und ich kann es wirklich nur dringend empfehlen. Hallo, ich bin Robin Goode, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video. Klicke mal auf den Link. Klicke mal auf den Link. Klicke mal auf den Link. Klicke mal auf den Link.